Fisbol 1 Zogai Eliol 1. 1. 2. 1. Nummer 3, Pascal Lullou. Die Nummer 10, Emelhard Jingles. Die Nummer 13, Effe Dortmund. Die Nummer 25, Valverich Diego. Unser Trainer von MSV Mainstream, Sandro Valverich. Unser Trainer von MSV Mainstream, Sandro Valverich. Nur mit Rüßburg, die Gäste und Valverich. Mit der Nummer 12, Frank Ludwig. Mit der Nummer 2, DG Mann und Nikolai. Mit der Nummer 3, Paul Nero. Die Nummer 13, Effe Hexen. Und der Schiedsrichter der Partie ist der Alexander Rallo. Rallo. Die Gäste der Alexander Rallo spielen. Oh, wie ist das denn? Das war's. Applaus Schnell, schnell, schnell! Schnell, schnell, schnell! Wir spielen ja bis 3 in die Konkurrennung. 1 zu 0 aber. Warte, wir müssen hier sein. Dann darf ich mitmachen. Lass den Augen, ich bin dran. Komm, durchsetzen! Schnell, schnell! Schnell, schnell! Schnell, schnell, schnell! Schnell, schnell! Schnell, schnell! Schnell, schnell! Deutschennaden! Grüelles pra podcasts Gegen Efendimiz Be hedgerstunden uncontrollen Gespräch hervorragend skbatten als Lakipas Das war's. Stimmengewirr Das war's für heute. Er ist ein Wettbewerb. Das ist ein Tor, das ist ein Tor, das ist ein Tor, das ist ein Tor. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Und dann geht der Rang! Halt aber noch! Inbiegeln! Halt aber noch nicht! a.i.a. Noch für einen Punkt! Möi! 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 Das sind K Roosevelt. Ja! Möi! Möi! Vielleicht die Aufmerksamkeit. Bästchen, dann geht die K Doe! Applaus Zubel, schnitteln und schnitteln. Hottchen, schnitteln und schnitteln. Hast du dich schießen? Drei, ich so rachte. Sonderer Aktion gehen wir schon bei den Zug, dass es für Alexander West weitergeht. Das heißt, in der Prognose spielen wir drei gegen drei eine Minute, zwei gegen zwei, eins gegen eins, bis wir durch die Pro-Spiel-Bege überstehen. Sobald er kommt, ein Brot in der Prognose fällt, ist das Spielverletzung. Nein! Immer wieder reing photos naked sorry, electrons stra Eisenberg Freunde Robben Torger Ja Ja Quatschen Na 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 Musik So, jetzt für jede Mannschaft, einspielen wir weniger. Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU Berat bei der CDU Beifall bei der CDU, bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.